1 zu 0 für Kikas Offenbach durch Paris oder Basis. 1 zu 1, Marcel Kappenmeier hat getroffen. 2 zu 1, Stefan Wachenheim hält. 2 zu 2, Stefan Wachenheim hält. 2 zu 2, Stefan Wachenheim hält. 2 zu 2 für Marius Witsch. 2 zu 2, Stefan Wachenheim hält. 3 zu 3, Stefan Wachenheim hält. 3 zu 2 für Marius Wachenheim. 3 zu 2 beinholt. 3 zu 3, Stefan Wachenheim. 3 zu 3, Stefan Wachenheim hält. 2 zu 2. 3 zu 3 für die 65. Und da ist Rennig. Das 4 zu 4. Jetzt liegt die ganze Verantwortung. Und da war noch 3 Möchte von Frau de Ava. Im Finale 1860 München mit Team Tech verloren. Die U23 von Kickers offenbar, also die 2. Energie braucht Impulse. Die U23 von Kickers offenbar, also die 2.